Hallihallo Leute und ja hier mal ein kurzes Infovideo. Ich weiß, es passt überhaupt nicht ins Bild, was ist los, kurz erklärt und zwar eigentlich mache ich das Infovideo nur für den Verlauf der nächsten drei, vier Wochen und zwar bin ich ab morgen schon, wenn das Video rauskommt, ist es morgen, ja also 18. Juli, bin ich zwei Wochen weg in den Ferien und zwar geht es nach Portugal, irgendwo an den Strand, an der Küste, keine Ahnung, das werde ich dann sehen, keine Ahnung, genau, das kenne ich nicht. Ja und zwar, ich habe rausgeplant, also die Videos kommen alle zwei Tage, die sollten zumindest, ich hoffe es klappt alles, ansonsten habe ich ein Problem, ich hoffe ihr verzeiht es mir, wenn irgendwas nicht kommen sollte oder so, es sollte eigentlich alles stimmen. Nach den zwei Wochen komme ich wieder eine Woche zurück, eventuell könnte es sein, dass dann schon die nächste The Walking Dead Season draußen ist, also Season 4. Ich hoffe, ich schaffe es in dieser Zwischenwoche, das aufzunehmen und hochzuladen, falls es nicht klappen sollte, hoffe ich, ihr verzeiht es mir mal, denn eine Woche später ist Gamescom, da bin ich auch wieder eine Woche weg, ja das ist, ja. Und dann war es eigentlich und dann ist alles wieder, sollte alles wieder klappen und normal verlaufen. Ich hoffe einfach nur, ich habe das Info jetzt mal kurz gemacht, für den Fall, dass irgendwas nicht stimmt und ihr wisst, wieso. Ja, ansonsten euch auch noch eine schöne Ferien, ich bin da mal weg, wir sehen uns wieder, bis in ein paar Wochen. Ciao. 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 Ciao.